Hallo Leute, hier ist der Tino von All4Shooters und ich bin heute bei der Firma ERW in Würzburg und der Herr Schilling wird uns jetzt mal durch die Produktion führen und ich denke, das wird relativ interessant werden. Ja, ich freue mich darauf, auch All4Shooters die Firma zeigen zu dürfen und auch mal zu zeigen, was ERW macht. Vor allen Dingen die Vielzahl, die wir bieten und wie so eine Montage auch hergestellt wird und welche Modernität auf der einen Seite und welche handwerkliche Kunst auf der anderen Seite heute nötig ist, um entsprechende Montage zu machen. Genau, Sie haben ja eben schon gesagt, Sie haben eine sehr extreme Vielfalt, also von Einzelanfertung bis mittlere oder Großserie, sage ich jetzt mal, und auch viel Handwerks, aber also Handwerkskunst und so. Und da bin ich mal gespannt, das zu sehen. Wir haben circa 19.800 Teile, also wir reden nicht über Schrauben, sondern tatsächlich Teile für Montagen und auch entsprechende Vielzahl dieser Montagen und ich denke, wir können das Moderne, Gigantini etc. mit dem schon gelebten und auch den meisten bekannten ERW-Schwenkmontagen verbinden. Ja, da freue ich mich jetzt drauf. Gerne. Beginnen tun wir meistens mit dem Wareneingang, um Ihnen auch mal die verschiedensten Materialien zu zeigen und da würde ich Sie bitten, einfach mir zu folgen, sodass Sie dann mal sehen, welche Waren, sprich welche Materialien, Stahl und Aluminium, wir einsetzen. Überwiegend wird mittlerweile im Aluminiumbereich, wir nennen es T6, T7 und T8 genutzt, das heißt hochfeste Aluminiumlegierungen, die man dann so nett auch farblich erkennen kann. Und Sie sehen hier gerade eine neue Lieferung, die gekommen ist. Parallel dazu verwenden wir aber auch alle möglichen Stahlqualitäten in den unterschiedlichsten Abmessungen. Hier haben wir unsere drei etwas älteren, betagteren Maschinen, aber laufen hervorragend mit 80er Stangenmaterial, Aluminium. Und so eine Maschine könnte theoretisch rund um die Uhr arbeiten, aber wir arbeiten nicht im Schichtsystem, sondern bei uns wird sehr, sehr viel Wert auf Qualität gelegt und daher arbeiten wir nur in einem normalen Einschichtgefühl. Parallelmaschine dazu. Und Sie sehen hier, es sind die Vorgaben, was gemacht werden muss, es sind die einzelnen Teile und sie werden auch entsprechend immer nachgemessen. Dann haben wir hier eine unserer neuen Maschinen, ein Drehfräszentrum, welches aber im Gegensatz zu den anderen Maschinen, hier mal als Beispiel an einem Hinterfuß gezeigt, alle sechs Seiten bearbeiten kann. Also ein solch kleines Teil fällt aus so einer großen Maschine und ist im Prinzip schon komplett bearbeitet. Diese Maschinen haben auch einen Stangenlader, allerdings mit 1,50 Meter. Ein weiteres Novum, dass es im Prinzip eher wie typisch ist, unsere Gelenke, also die Schwenkmontage, die so aus der Fräse kommt, wird hier von unserem Mitarbeiter entsprechend gedreht. Also Sie haben jetzt hier das Teil gesehen und hier ist der Zapfen angedreht. Also nicht gefräst, sondern komplett gedreht. Hier sehen Sie eine der modernsten Maschinen überhaupt. Und das Besondere an dieser Maschine ist nicht nur, dass sie drehen und fräsen kann, sondern wir haben darüber hinaus auch noch einen weiteren Schraubstock, der das ganze Teil von unten fasst. Also hier ist nicht nur hohe Präzision, sondern auch etwas ganz Verrücktes, was wir auf Dauer brauchen, um große Montagen und auch Blockmontagen in einem Stück herstellen zu können. Aber nicht durch Umspannverfahren, sondern in einer Maschine komplett laufen lassen können. Hier kommt zum Beispiel aus der Maschine, kommt dieses Teil raus, was dann drüben gedreht wird. Also so werden jetzt gerade vermessen und nachgeschaut. Also hier, diese Maschine arbeitet jetzt im Prinzip, da kann man sehen, genau dieses Gelenk. Ein weiteres große, immer mehr Kompetenz, die wir dort haben, ist Picatinny-Schiene aus Stahl und Aluminium, die wir für mittlerweile 980 verschiedene Waffen fertigen. Wir haben eine sogenannte Datenbank für Waffen und Ziffernrohre angelegt. Und wir können genau matchen und wir wissen genau, welches Glas mit welcher Montage auf welche Waffe passt. Und genau umgekehrt auch, welche Waffen welche E-Masse haben, also die genauen Maße der Bohrungen etc. Und hier fertigen wir jetzt gerade auf den Maschinen für einen Kollegen im Ziffernrohrbereich Stahlschienen für die Musterschäfte. Haben aber, und das ist das Schöne, das zeige ich Ihnen nachher im fertigen Bereich, im Prinzip jeden Bohrlochabstand und auch jeden Radius von jeder Waffe. Wir fertigen in einem Stück Picatinny-Schienen bis zu 60 cm. Also hier sieht man mal eine Picatinny-Schiene von 50 cm Länge. Und wir haben zum Beispiel auch für Merkel Helix mit passenden Bohrungen und Schrauben alles da. Also ja, wie soll man sagen, für alles. Und das Interessante bei allen ist, wenn Sie jetzt zum Beispiel hier sehen, Sie haben immer den entsprechenden passenden Radius schon drin. Radius, das ist jetzt eine mit MOA und die entsprechenden Bohrlochabstande. Also es ist definitiv eine komplette Montage für den Büchsenmacher angepasst, so wie man eben auch unsere anderen Teile bekommt. Hier sind die ganzen Einzelteile, sehen Sie, sind die Einzelteile. Hier sind die ganzen Füße, Gelenke, die müssen alle noch zusammengearbeitet werden. Aber das arbeitet man im Prinzip Zug um Zug. Ja, sag mir eben, 18.000 Teile? 19.800 weiß ich ganz genau, wann wir dieses Jahr eine Umstellung im ERP-System hatten. Und Sie können hier sehen, hier sind jetzt nur Schellen, also nur Oberteile. Die müssen jetzt auch wieder auf die Unterteile drauf. Also das ist, und wir haben jetzt gerade überall die neuen Material- und Artikelnummern. Und wenn Sie jetzt hier, um mal so Plättchen zu sehen, das ist ein bisschen langweilig. Also damit man mal so eine Vielzahl hat und das ist hier nur Hebelschränkmontage. Das sind die komplett fertigen Ringe, die dann auch noch mal gelötet werden. Also da sieht man bis 65er Füße haben wir hier. Also das ist alles vorhanden. Das sind ausgefallene Teile. Dann haben wir hier mit 20 MOA, also eine Schwenkmontage mit 20 MOA. Wir können bis zu 60 MOA vor Neigung machen bei der Schwenkmontage. Das wusste ich gar nicht, dass es so gibt. Genau, das weiß zum Beispiel kaum einer.